Willkommen bei Mr.Hilo! Dann zoome ich doch immer, dann aim ich doch immer wieder raus oder verstehe ich jetzt falsch? Nee, beim laufen! Rechts, links, rechts, links. Ah, ok. Also du schießt und dann läufst du rechts, links, rechts, links. Aber nur so tappen. Schauen wir zu diesem... Ja, mich nervt das. Ziehst du ihn? Mitte, 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 Mitte! Der eine kommt jetzt runter, der ist... down. Der liegt hier oben, der liegt hier oben. Genau hier. Den nächsten. Ich muss den weitermachen. Ich probiere gerade irgendwie auf die Star-Ampfe kommen, damit ich schießen kann. Da müsste aber einer liegen hier, wie gesagt. Ja, da habe ich einen genommen. Ah, 10. Entschuldigung. Ich sage ja, ich bin ein bisschen los noch. Das war die Sicherung. Auf mich schießt jemand vom Haus vorne, vom Großen. Auf mich auch. Hinter uns. Oh, Clemens. Den einen habe ich. Ich habe gerade einen riesigen... Der Slow, der Slow. Zone! Zone! Ja, ich werde... Ich werde sterben wahrscheinlich. Weil ich hier unten das Scheiß-Ding nicht mehr rausgekommen werde. Auf mich schießt der wieder. Ja, komm, stirb in der Zone. Oh, bei mir, bei mir! Ja, klar! Kleiner Schwanz! Ach man, alter. Weißt echt? Woher wollte der jetzt wissen, dass ich da kommen? Eis ziehen. Wo? Hilf mir bitte! Nein. Was ist los? Ich? Aber auf dem Dach hier oben sind alle weg. Fucking hell, man! Ich brauche Hilfe! Er ist One-Shot. Er steht wahrscheinlich in der Zone. Ja. Nee, ich muss leider. Bei mir hat jemand gerast! Ich bin nix aus dem Kühl gekommen. Ja. Ja. Nee, die ist komplett... Wir sind hier drüben. Wir haben rechts neben uns. Es ist keiner runtergejumpt. Jetzt Einsatzkabin zurück. Ja, aber wieso spawne ich denn hier so weit? Ich weiß es nicht. Ah, nach vorne läuft er, Herms. Hier, in der Richtung. Wo spawne ich denn bitte, hä? Ja, wo ich auch gespawnt bin. Zwei Leute, zwei. Nein. Eine, die wir ausprobieren. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Der ist bei mir. Der wird von hinten nachgeschossen. Wer ist das? Der ist One-Shot. Ich habe auch noch mal da oben geschrugelt. Er ist so lau, Mann! Gibt's doch nicht! Hä? Haben wir ihn jetzt hier. Ja. Zwei Magazine später. Die haben halt jetzt Käufe zwischen. Schocken hier oder was? Alle machte leid. Ich sehe sie leider nicht. Oh! Was zum Fick war das? Da hinten. Der läuft weg. Der läuft weg. Der läuft weg. Oder auch nicht. G-Break. Ja, es geht hoch. Starker. Stark. Da ist er hinterher. Neun! Mega! Ey, wie ist das hier? Das ist eine gute Arme. Treibst du jetzt jemanden oben oder wie? Ich weiß nicht, einen oben. Wenn du den Süßsack steigst. Ja, was? Ich glaube, wenn ich nicht glaube. Das ist gut. Die kommen jetzt sicher hier hoch. Das sind zwei Stützer. Ach, der macht eine der oben? Ich mache das eine. Ja, ich deck das eine ab. Warte mal, Kremens, wo sind die? Siehst du jemanden? Ja, dann. Nochmal getrackt. Nochmal getrackt. Achtung, einer ist Snipe von weiter links. Ich auch. Ich habe die Haaren ab. Hier ist Gott. Hier kommt einer. Hier kommt einer. Er ist hier. Von hinten sind welche. Hier, Dreierteam. Dreierteam, Dreierteam. Kommt von hier. Viererteam. Viererteam. Von Rode. Ah, okay. Dann dreht sie. Warte mal. Leute, ich bräuchte irgendwie... Okay. Ja, jetzt kommt volle Musik. Ja, ich habe der eng gebaunt. Ich bin raus. Seht ihr den? Seht ihr den noch? Ja, der ist hier hinten. Wir schauen. Der ist rushing. Alter, was ist mit dem? Ja klar, komm. Der ist Ronshot, der ist Ronshot. Der ist Ronshot. Der ist Ronshot. Der ist Ronshot. Der ist ja diesen Hintergrund. Da kommt noch einer. Oh mein Gott. Scheiße, ist die zu weh. Ja. Du könntest bei mir landen und nicht racen, wenn du schnell bist. Ja klar, komm. Wie soll die Scheiße, ey. Die werden wahrscheinlich pushen. Lass uns hier runter. Wipe. Ah, ich bin runtergerutscht. Clemens, Clemens, unterhalb von mir! Ah, da links, da links, da links! Einen down. In der Zone. In der Zone. In der Zone. In der Zone. Scheiße, wir kommen hier nicht hoch, oder? Was ist der denn für eine Bar, Alter? Oh, Clemens, Clemens, links neben mir! Unterhalb von mir! Ja. Liegst du den? Ich bin noch ein Stück von dir weg. Nice, stark. Mach ein Snapcard. Über uns, über euch! Rechts, rechts, rechts! Ja, über uns! Ja, ich seh ihn! Ich weiß, ich weiß. Ey, weil du ihn gesehen hast, Johan. Ja, ich hab grad nachgeladen. Ich wusste jetzt ehrlich gesagt, was ich tun wollte. Ich wollte jetzt nichts sagen, Jacob. Ey, wir können das echt holen. Jetzt schwimmen wir an. Sag das nicht, bevor sie... Ja, ich wurde geblendet. Ich auch. Ja. Ja, noch viel. Vor mir. Ich wurde wieder geblendet. Down. Lauf, lauf weiter. Oh, ich kann nicht! Wiped! Hier hat jemand geschossen, Clemens. Hier kann ich dir halt nicht helfen. Sechs Gegner noch! Sechs Gegner noch. Sechs Gegner noch! Ja. Ah! Wieso? Ah! Geh ja über dir! Schönes Ding, schönes Ding! Ich bin safe. Ich bin safe! Zwei Teams, vier Gegner. Ich hoffe einfach, dass sie mich nicht hitteln. Ah, die haben halt so eine Pole Position hier. Fuck. Immer noch vier Gegner. Während sich sehen die anderen nicht. Ja. Wir penningen, wir probieren hier rüber zu gehen, aber... Ah, da fliegt einer. Vielleicht hinter den Felgen. Ja. Die müssen auf uns zukommen. Die müssen auf uns zukommen. Lass uns hier hinter das Haus. Weg, weg, weg! Einen down. Wow, wow, wow! Clemens, einer schießt noch von weiter rechts! Ich bin fullline. Ich bin fullline. Ich kann nichts machen. Ich kann grad nichts machen. Starkes Ding. Drei Gegner noch. Drei Gegner. Zwei Gegner. Noch mal einen down. Einen Gegner. Einen Gegner. Einen Gegner. Einen Gegner. Den hab ich down. Ja! Junge! Ja, der Vater. Junge! Wuhu! Ah, so gut ist das. Win is win. Ja, das war auch zwischendrin wieder so stressig. Oh, stimmt. Was verschlessig, Mann. Oh, stimmt. Was verschlessig, Mann. Ich bin wahnsinn 네 Haare. Ich bin riesig. Oh, stimmt. Oh, stimmt.